Hallo Nation, schauen Sie sich an, was Jan A. Gefürthofft über Füllkrug gesagt hat. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind. Zurück zum Thema. Borussia Dortmund kann endlich bis zu 30 Millionen Euro für Niklas Füllkrug aufbringen. Der BVB hat einen echten Kerl und einen guten Spieler verloren. Insgesamt lässt sich jedoch sagen, dass alle Seiten von dieser Vereinbarung profitieren können. Jan A. Gefürthofft zeigte sich in der Sportbild jedenfalls optimistisch, es gibt viele wirklich gute Verteidiger in England. Allerdings wird Füllkrug einen großen Einfluss haben. Der Norweger spielte früher als Stürmer in England und Deutschland. Die aktuelle Entwicklung wird dem ehemaligen Profi dahergefallen. Immer mehr Teams setzen auf den klassischen Mittelstürmer. Es ist eine Art Renaissance dieser Position. Davon konnte Füllkrug in den letzten Jahren profitieren. Kurz vor der WM 2022 wurde er Nationalspieler, es folgte der Sprung von Werder Bremen nach Dortmund. Fürthofft erklärte, er ist ein Beispiel für die aktuelle Welle klassischer Neuner und er hat bei West Ham großartige Spieler um sich, die ihn ins Rampenlicht rücken werden. Zum Beispiel der englische Nationalspieler Jared Bowen. Die Hammers haben einen radikalen Wechsel vorgenommen und unterschrieben, neue Stars wie Aaron Van Bissaka, Manchester United oder Max Killman, Wolverhampton Wanderers. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.